Nun hat es auch die Gorillas erwischt. Im Zoo von San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien haben sich mehrere Primaten mit dem Coronavirus infiziert. Bereits Anfang Januar bemerkten Pfleger, dass einige Tiere husten würden. Sie nahmen Proben aus ihrem Kot und hatten wenige Tage später das positive Ergebnis. Es ist anscheinend das erste Mal weltweit, dass sich auch Affen mit Covid-19 angesteckt haben. Zuvor wurden Fälle von Nerzen oder Tigern bekannt. Tierärzte geben den Gorillas nun vermehrt Vitamine, Flüssigkeit und Nahrung, spezielle Medizin allerdings nicht. Der Zoo von San Diego ist durch den Lockdown bereits seit dem 6. Dezember geschlossen. Trotz der Infektion bleiben die Affen weiterhin zusammen, denn eine Trennung würden sie nicht verstehen. Diese könnte großen Schaden anrichten. Wie die Primaten weiterhin auf das Virus reagieren, ist noch völlig unklar. Veterinäre sind in Sorge, denn die Menschenaffen gelten als vom Aussterben bedroht. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.